Vielleicht kommt dir das bekannt vor, deine Kunden kaufen nicht mehr so häufig bei dir, wie es früher mal der Fall war. Woran das liegt und was die wahren Gründe dahinter sind, dass sie jetzt nicht mehr so gerne bei dir kaufen oder zögern und deine Angebote nicht mehr so schnell bestätigen, wie es früher der Fall war. Das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, vielleicht kennst du die Situation, du schickst ein Angebot raus zum Kunden und früher haben die Kunden deine Angebote sehr schnell angenommen und das Ganze ging relativ flott. Deine Abschlussquoten waren super und jetzt merkst du auf einmal, wird das Ganze so ein bisschen zäh. Die Kunden, die sind ein bisschen zögerlich geworden, die sind unsicher geworden und irgendwie hast du das Gefühl, dass deine Abschlussquote sinkt und der Verkauf nicht mehr so gut läuft. Und du schickst Angebote raus ohne Ende, aber die werden nicht mehr so bestätigt, wie das früher mal der Fall war. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann bist du nicht alleine, sondern so geht es aktuell vielen Handwerksbetrieben. Wir arbeiten ja auch mit vielen Handwerksbetrieben zusammen und einige davon machen weiterhin sehr, sehr, sehr gute Abschlüsse und andere haben aber auch eben Schwierigkeiten. Und woran das bei den Betrieben gelegen hat, das haben wir zusammen analysiert und uns angeschaut und da auch dann Lösungen gefunden, wie die eben jetzt auch wieder mehr verkaufen. Und diese Learnings, die wollen wir dir jetzt hier in diesem Video mal mitgeben und ja, Alex ist eben Experte auch im Bereich Verkauf und kann uns da denke ich sehr, sehr viel Input geben. Wir steigen direkt auch mal ein, ohne jetzt hier viel Zeit zu verlieren. Das Erste, was klar ist, steigende Preise, das ist relativ logisch, wenn ich sage, wir haben nochmal als Beispiel in der Bevölkerung jetzt sagen wir eine Verteilung vom Geld, was vielleicht, sagen wir einfach mal, keine Ahnung, hier Vermögen. So, und dann hier die Menschen und es ist klar, dass je höher das Vermögen geht, desto weniger Menschen gibt es einfach. Es gibt noch ganz viele, die, das müssen wir andersrum machen, es gibt, das müssen wir andersrum machen, eine Sekunde, so rum. So, hier sind die Menschen, hier ist das Vermögen und es ist eher so, richtig viele Menschen haben halt wenig Geld und dann geht es so langsam nach unten, so gefühlt. Und es gibt relativ wenig Menschen, die, das sieht man hier, also wenig Menschen, die sehr viel Vermögen haben und es ist relativ logisch jetzt, was passiert, wenn ich sagen würde, mein Terrassendach kostet zum Beispiel 10.000 Euro und jetzt kommt dann ein paar Preissteigerungen, es kostet nicht nur 10.000, sondern 12.000. Bei 10.000 konnten es sich von mir aus noch alle leisten, die hier waren, bei 12.000 vielleicht noch alle, die hier sind. Das sind einfach weniger, so das ist ganz, ganz simple Statistik, dass wenn die Preise steigen, sich es weniger Menschen leisten können. Relativ simpel. Bedeutet, das sind Dinge, wo du jetzt auch gezielt erstmal initialen nicht so viel machen kannst, weil du kannst die Preise nicht aufhalten. Das ist auch keine Option übrigens hier zu sagen, ich erhöhe meine Preise nicht, sondern verzichte auf Gewinn. Das bringt es auch nicht, weil du hast zwar die gleichen Aufträge, aber viel weniger Gewinn raus. Was dann hier machen muss, wirklich gezielt dagegen gehen, gezielt diese Segmente hier mehr zu targetieren, mehr anzusprechen und gezielt auf diese Menschen zu gehen, die einfach nach wie vor sich es noch leisten können. Das muss das Ziel sein. Davon gibt es immer Menschen. Selbst in der Zeit, wo diese Dinger 50.000 Euro kosten, würde es hier noch einen kleinen Teil geben, dass ich es leisten kann. Wenn du die abholst, dann wirst du auch weiterhin verkaufen. Mal Punkt eins. Steigende Preise ist auf jeden Fall ein Punkt bei vielen. Das zweite Thema ist Unsicherheit. Und da geht es jetzt gar nicht so darum, dass wir das Geld nicht haben. Die Leute sind, dass wir sagen, ja Corona, jetzt Ukraine, wir wissen nicht genau, Inflation, Euro weniger wert als Dollar. Wie geht es weiter? Wir behalten lieber das Geld bei uns, beiseite. Hier natürlich ein ähnliches Thema wie im ersten Thema. Wenn ich Leute habe, die da nicht so viel Wert drauf legen, wenn ich Leute habe, die sagen, nee, ich bin mir nach wie vor sicher, wenn ich diese erreichen kann, dann habe ich da einen großen Vorteil. So eine Unsicherheit kann man auch vorweg schon abfragen, ob das die beeinflusst. Viele werden dann sagen, nee, beeinflusst mich nicht. Und die werden dann auch eher dazu stehen, dass sie mich beeinflusst. Weil man hat ganz oft Leute, die sagen, nee, wir wollen erst mal die Füße stillhalten, erst mal abwarten. Die nächsten Monate. Dann den nächsten Monat, wenn die vorbei ist, wieder die nächsten Monate. Und das zieht sich halt. Was man ja außerdem machen kann, ist natürlich auch mit der Wertsteigerung zu spekulieren. Das heißt, zu spekulieren, auch zu sagen, hey, passt auf, wenn ihr jetzt das Terrassendach kauft, jetzt ist das Geld aktuell noch so und so viel wert. Da kriegt ihr ein Terrassendach. Das Terrassendach kostet wahrscheinlich in einem Jahr 5000 Euro mehr. Wenn ihr das jetzt baut an euer Haus, dann ist das Haus einfach mal diesen Betrag auch mehr wert. So kann man halt auch reingehen. Ich habe genug Partner, die genau so auch argumentieren. Und dadurch auch immer wieder mal einen Auftrag dann mehr reinholen als die anderen. Ganz wichtig, nichts von den Sachen, die wir jetzt sagen, hat Anspruch darauf, dass es bei jedem funktioniert. Es geht nur darum, die Wahrscheinlichkeit langsam zu erhöhen. Also nächstes Thema Unsicherheit kann man dadurch eigentlich ganz gut abfedern, dass man eben besser in der Einwandbehandlung wird. Plus aber auch wieder auf Segmente zugeht, die einfach noch mehr Geld haben. Das Ganze ein bisschen schnell durchlaufen. Das Thema nachfassen. Wir erleben es sehr, sehr oft, dass auf der einen Seite sehr viele Angebote geschrieben werden, sehr viel Zeit in Angebote investiert wird, auf der anderen Seite aber nicht nachgefasst wird. Wenn der Kunde sagt, er meldet sich in zwei Wochen, er meldet sich nicht in zwei Wochen, dann lassen ihn die meisten liegen. Ich würde in zwei Wochen und einem Tag anrufen und fragen, was jetzt los ist. Ich habe eh schon ein paar Stunden Zeit in das Angebot, in die Beratung etc. investiert. Warum nicht mal die fünf Minuten auf mich nehmen? Und dadurch unterscheidet man sich schon. Allein nachzufassen, allein das Thema zu machen, wird dafür sorgen, dass man auch Leute, die unsicher sind, überhaupt mal unsere Reserve lockt, überhaupt mal rausbekommt. Ja, ich bin unsich. Überhaupt mal mit ihm darüber reden kann. Hey, aber so schlimm wird es ja nicht sein. Das ist ja so und so sieht es ja aus. Und ich meine, sie haben ja eh das Geld zur Seite gelegt und das wird ja eh nicht mehr wert. Ja, stimmt schon. Und plötzlich hat man einen Auftrag wieder rein mit zehn Minuten Gespräch. Ganz wichtig, fass nach. Egal wie schlimm es wird da draußen, solange du nachfasst, wirst du immer mehr Kunden geben als die anderen, weil die meisten, ja, stellt einmal das Angebot und dabei bleibt es dann auch. Das nächste Thema Vertrauen. So, da gibt es verschiedene Elemente. Wie kann ich Vertrauen aufbauen? Na, das ist klar, ich kann Vertrauen über sowas wie Bewertungen aufbauen. Gegebenenfalls über Bürgschaften, wenn ich sowas machen möchte. Das sind so Themen, die ganz klassisch dafür sorgen, dass Vertrauen eben da ist. Ich kann bestimmte Garantien mitgeben. Und natürlich, du siehst schon alles Maßnahmen, also Vertrauen fehlt. Das sind alles Maßnahmen, wie man dagegen vorgehen kann. Und wenn du das alles halt auch machst. Kundenstimmen wäre noch so ein Punkt. Ja, Kundenstimmen, kurz Bewertungen quasi. Kundenstimmen. Referenzen und so auch auf der Seite. Genau, genau, genau. Ansprechendes Außenbild alleine schon. Erreichbarkeit sind alles so Kleinigkeiten, die einfach dafür sorgen, dass das Gesamtvertrauen steigt. Und wenn du Vertrauen hast, auch in der Zeit, wo das Geld knapp ist, wirst du immer mehr Kunden gewinnen als jemand, der es nicht hat. Das ist auch relativ logisch. Du merkst schon, das ist wieder ein Aspekt, der vielleicht nur bei einem von zehn hilft. Aber die anderen Aspekte helfen bei jeweils anderen von zehn und plötzlich hat man fünf mehr, als man davor hatte. Und darum geht es. Diese Sachen stacken sich, würde man sagen. Also die werden übereinander gelegt irgendwann und dann ist halt irgendwann ein Turm auch da an Maßnahmen, die wieder Kunden bringen. Der dafür sorgt, dass du auch regelmäßig wieder neue Leute gewinnst. Das Letzte, was wir hier noch haben, Flexibilität. Es ist ganz wichtig, diese Maßnahmen sind jetzt gerade so das, was wir merken, was dafür sorgt, dass du weiterhin Kunden gewinnst. Das kann sich aber in Zukunft ändern. Das kann in Zukunft anders aussehen. Flexibel sein heißt zum Beispiel, wenn der Kunde sagt, ja, wir haben 10.000 eingeplant, 12.000 kostet es vielleicht die letzten 2.000. Aufraten zu ermöglichen. Flexibel sein bedeutet aber auch zu sagen, okay, der Kunde hat jetzt das Angebot irgendwie noch nicht angenommen. Ich rufe jetzt einfach nochmal an, ich gehe nochmal in die Einwandlung rein. Diese Sachen, die man vielleicht früher nicht gemacht hat, wo man weiß, eigentlich ist es sinnvoll, aber man macht es nicht, einfach auch mal zu machen. Das heißt auch flexibel sein. Nicht in den alten Gegebenheiten festhalten, weil die Zeit ändert sich. Wer sich nicht mit ändert, wird halt wahrscheinlich verschwinden. Das ist es einfach. Und gerade jetzt die Zeit, da geht es darum, flexibler denn je. Also wenn ich da auch höre, dass Leute uns sagen in der Beratung, ja, im Jahresbudget ist das nicht drin, aber nächstes Jahr wird das möglich. Da denke ich mir, warum zur Hölle nimmst du dir den größten Vorteil, den du als Kleinstunternehmen hast? Gegenüber Konzernen. Nämlich flexibel zu sein. Der Konzern, der muss das auf Jahresbasis machen. Der muss es den Stakeholdern rechtfertigen. Der kann das gar nicht spontan entscheiden. Aber du kannst auch heute entscheiden, ob du 10.000 Euro mehr oder weniger ausgibst. Das kannst du doch machen. Und wenn du es für sinnvoll hältst, kannst du es auch heute machen. Und wer sich da in diesen Budgetdiskussionen so festhängt, der wird es ganz schwer haben in Zukunft. Weil die Sachen ändern sich teilweise auf Wochenbasis. Und wer dann irgendwie auf Jahrespläne setzt, der hat keine Chance. Realistisch gesehen. Bleib flexibel. Ganz, ganz wichtig. Bleib im Kopf flexibel. Bleib im Unternehmen flexibel. Dann wirst du auch keine Probleme haben. Und ganz wichtig, schau weitere Videos von uns, weil wir genau auf solche Themen eingehen werden. Wie kann man flexibel Probleme lösen? Eigentlich ganz simpel. Gut, ich denke, da waren jetzt einige Dinge dabei. Ich hoffe, du hast auch leidlich mitgeschrieben. Du schaust das Video auch gerne nochmal an. Und ansonsten, wenn Fragen sind, melde dich gerne bei uns. Ja, Marvin hat eher den Stimmenpart gemacht. Willst du gleich die Abmoderation machen? Ja, also wie gesagt, ich denke, da waren einige Themen dabei, die spannend für dich sind. Wenn du keine weiteren Videos hier verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal. Stell auch gerne Fragen dazu, wenn du Fragen hast, wie man mit gewissen Situationen besser umgehen kann. Wir lesen uns die Kommentare auch immer persönlich durch. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.